Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto- oder Aktienmarkt oder sonstiges Wochenausblick. Ja, wir schauen uns wieder ein bisschen was an. Wir schauen uns eine DXY an, wir schauen uns den S&P 500, Gold und noch Bitcoin und sonstige andere Werte auf jeden Fall mal an. Lohnt sich möglicherweise Anstieg? Was stehen nächste Woche für News an? All das werden wir uns in den nächsten, ich hoffe jetzt mal 10 bis 15 Minuten max, auf jeden Fall anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonnier den Kanal, was noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk und Signalgruppe reinschauen. Und wer möchte auch gerne den Zweitkanal abonnieren, wo es zukünftig immer die Highlights der Streams von Mittwoch und Donnerstag geben wird. Und damit würde ich auch sagen, genug Eigenwerbung gemacht, wir starten direkt durch und zwar mit dem DXY. Wir haben noch nicht ganz den Weg eingeschlagen, den wir vermutet haben von letzter Woche, trotzdem dieser Weg, den lasse ich jetzt erstmal mal drin. Wir sind hoch in unsere grüne Box gekommen, haben da nochmal einen Abverkauf gesehen, hat natürlich auch damit zu tun, Bitcoin und der Rest ist enorm gestiegen. US-Dollar ein bisschen schwächer, aber, und jetzt kommt so ein bisschen das große Aber, was ich momentan oder was wir die letzten Wochen schon immer ein bisschen besprochen haben, nachdem der Arbeitsmarkt weiterhin sehr, sehr stabil ist, die, was weiß ich, alle Zahlen im Endeffekt sprechen momentan eigentlich gegen eine Rallye an den Krypto- und an den Aktienmärkten. Und der Dollar, zwar jetzt wieder ein bisschen gestärkt, ich vermute trotzdem, dass wir einfach nochmal bei der FED nochmal zwei Zinserhöhungen mindestens kriegen. 0,25% nächsten Monat und dann nochmal den Monat darauf, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil die Inflationszahlen auch nicht so zurückgegangen sind, wie sie prognostiziert waren. Das andere ist, wir haben diese neue Berechnungsweise, jetzt schlägt sich so langsam und da haben wir letztes Jahr schon, wer die Videos jede Woche guckt, beziehungsweise mich auch schon länger verfolgt, haben wir letztes Jahr darüber gesprochen, ab Februar, März sollte theoretisch die Inflation deutlich zurückgehen, weil wir einfach im Endeffekt jetzt den Krieg hatten, wir hatten dann die Gaspreisexplosion, wir hatten die Stromkostenexplosion, den Ölpreis und so, der alles enorm gestiegen ist durch diesen Krieg und das sollte sich jetzt bemerkbar machen, deswegen denke ich jetzt, die 0,25% sind fix, nächsten Monat, danach, das ist immer noch so ein bisschen in der Schwebe, dass wir nochmal eine Zinserhöhung kriegen, ich glaube oder vermute es aber weiterhin. Und das könnte jetzt den Dollar zumindest nochmal vorübergehend nochmal runterbringen, deswegen lasse ich die Lien jetzt erstmal nochmal so, zumindest hier in den gelben Bereich, wo wir jetzt schon mal zwei Bounces hier gesehen haben, dass wir hier in die 102-Region nochmal runterkommen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, beziehungsweise in den nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall und dass wir dann aufgrund vielleicht möglicher beschissener Aussagen von der FED beziehungsweise Pole nochmal eine Rallye beim US-Dollar auf jeden Fall sehen könnten. Das ist so momentan jetzt erstmal der Fahrplan, deswegen nicht zu lange jetzt hier aufhalten, wir haben eine Reaktion hier in dieser Daily Supply Zone bekommen, sehr, sehr schön und jetzt nochmal nach unten hingehen, um so einen möglichen doppelten Boden zu kriegen, um dann möglicherweise hier eine enorme Rallye beim US-Dollar zu kriegen, würde vielleicht dazu passen, nur mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, Bitcoin 2832k, wer das Video heute Morgen gesehen hat, das ist so momentan so ein bisschen der Fahrplan, dann mögliche negative Aussagen der FED, Bitcoin-Korrektur, um dann möglicherweise, wenn die Inflation dann doch sehr, sehr stark zurückgeht, dann wieder mehr Hoffnung in den Markt zu kriegen und dann im zweiten Halbjahr oder vielleicht Ende des ersten Halbjahres eine enorme Rallye zu sehen und den US-Dollar dann komplett abkacken zu lassen. Würde mich mal eure Meinung interessieren, geht ihr da den Weg mit, den ich jetzt gerade so ein bisschen besprochen habe oder sagt ihr, nee, absoluter Bullshit, bleib bei deinem Krypto und halt einfach die Klappe. Würde mich mal interessieren, schreibt es unten gerne mal in die Kommentare rein. Gut, dann kommen wir mal ganz kurz zu den News. Es gibt nicht viel, deswegen habe ich jetzt nicht mal alles rausgepickt, vor allem der Donnerstag wird hier sehr, sehr interessant werden. Wir haben die Folgeanträge Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge Arbeitslosenhilfe, die ja letzte Woche genau auf Prognose gehittet waren. Ihr könnt euch daran erinnern, die letzten Wochen war es immer absolut fatal. Es waren hier keine wirklichen Abweichungen bzw. wenn dann schlechtere Abweichungen für uns. Aber so langsam kommen wir den Prognosen immer wieder ziemlich nahe bzw. verfehlen die Prognosen in positiven Sinne für uns. Also es könnte sich auch hier so langsam aber sicher so ein kleiner Blick positiv für uns in die Richtung ergeben. Man sieht hier auch die Prognose 200k, letzten Monat war es 194. Also so langsam gehen die Prognosen in unsere Richtung und der Arbeitsmarkt dreht auch dahin. Dann haben wir um 11 Uhr noch am Donnerstag die Verbraucherpreisindex, also die Inflationsdaten aus der EU, was noch dazu kommt. Also auch sehr, sehr interessant und das war es dann eigentlich schon so ziemlich, was wir hier haben. Natürlich noch das Bruttoinlandsprodukt auch am Donnerstag um 14.30 Uhr. Das heißt Donnerstag 14.30 Uhr wird, denke ich, eine relativ hohe Volatilität kommen und Freitag haben wir dann jetzt auch noch PCA-Kernrate-Preisindex auf den Monat, PCA-Kernrate-Preisindex aufs Jahr. Also da kommt jetzt nicht mehr so viel. Also ich sage jetzt mal, Donnerstag und Freitag ist eigentlich so ein bisschen das Hauptaugenmerk. Beziehungsweise hier seht ihr noch persönliche Ausgaben, persönliches Einkommen, da vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen. Also Montag bis Mittwoch könnte absolut gechillt werden sein, Rallye könnte sich fortsetzen und dann, sage ich mal, Donnerstag und Freitag. Bisschen volatiler, was die News anlädt, aber es ist jetzt auch nicht dieser große Batzen, es ist eigentlich das, was immer wöchentlich kommt, bis auf natürlich die EU-Inflationszahlen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber und zwar gehen wir weiter mit Gold, wenn ich es jetzt mal finde, ja, hier. Einfach, wir gehen jetzt mal ein bisschen das Thema ein bisschen anders an. Ich will mit Gold starten, weil das doch ein bisschen mehr interessiert. Wir haben hier unsere Erholung, beziehungsweise, ja, unsere Erholung von der ganzen Rallye erst einmal bekommen. Wir sind hier in die grüne Box gekommen, das haben wir letzte Woche prognostiziert. Ich bin aber noch nicht ganz davon überzeugt, dass es das schon war. Also ich habe mich noch nicht in Gold eingekauft, ich werde das hier natürlich auch kundtun, beziehungsweise in der Telegram-Gruppe. Ich bin hier aber momentan ein bisschen auf Warteschleife. Also ein Dump auf 5% runter in das Golden Pocket bei 1.750 US-Dollar ist auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen, auf was ich eigentlich momentan noch hoffe oder warte. Wir werden uns das mal hier ein bisschen angucken. Also wir sind hier klar in einem Downtrend. Wir bilden Lower Lows, wir bilden keine Higher Highs. Also daran, der Downtrend ist hier erst einmal fix. Interessant würde es nur werden, brechen wir hier oben den Downtrend bei den ungefähr 1.853 US-Dollar. Das könnte interessant werden, hier dieser Bereich. Ah ne, jetzt habe ich es falsch eingezeichnet. Hier dieser Bereich, das könnte interessant werden. 1.853 bis 1.870. Dann wäre der Downtrend erst einmal vorübergehend gebrochen. Dann noch ein Higher Low. Dann würde ich gegebenenfalls in Gold einsteigen. Ich bin, was das ganze Thema anbelangt, deutlich bullisch für das Ganze. Ja, ich traue dieser ganzen Aktien-Rally noch nicht so wirklich, weil die News absolut scheiße sind. Die FED könnte sich da nochmal, oder könnte uns da nochmal eins reinwirken. Klar, die Rally bis bei Bitcoin auf 32k ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, wie es danach weitergeht. Da bin ich immer noch so ein bisschen überfragt, beziehungsweise halte mich da noch ein bisschen zurück, was Bullrun oder Sonstiges anbelangt. Das habe ich heute früh schon gesagt. Deswegen, ich bin, was Gold angeht, weiterhin bullisch das ganze Jahr über. Deswegen bin ich hier auch die ganze Zeit am überlegen, scheiße ich auf diese 5% Korrektur, die hier noch kommen könnte, oder gehe ich jetzt einfach hier, oder warte einfach, dass wir hier wirklich diese 5% Korrektur kriegen. Momentan, nach jetzigem Stand gehe ich noch davon aus, einfach um das Ganze wieder ein bisschen zu resetten. Aber ich sage es jede Woche, USA kauft Gold, China kauft Gold. Jedes scheiß Land momentan kauft Gold. Warum? Weil die Währungen immer weniger wert werden. Auch Deutschland ist ein Land, was Gold kauft. Deswegen, man kann es zum Portfolio meines Erachtens nach einfach dazu tun. Es ist nicht verkehrt. Man sollte jetzt aber auch nicht zu überrascht sein, wenn es jetzt in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen runter geht. Und das ist irgendwo so, momentan ein bisschen die Zwickmühle. Kurzfristig wird jetzt diese Zone hier oben interessant bis 1870. Dann schauen wir weiter und dann werde ich gegebenenfalls einsteigen. Sollten wir hier möglicherweise schon das Ende der Korrektur sehen und dann hier oben nochmal dieses Top bei knapp 2000 US-Dollar anlaufen. Soviel jetzt dazu. Dann würde ich sagen, blicken wir rüber auf die Aktienmärkte. Auch hier ein bisschen was getan. Unsere, sage ich mal, unsere Kurve, wo wir eingezeichnet haben, bis hier hoch, ist noch nicht gefolgt. Das heißt, auch die Aktienmärkte diese Woche, obwohl Bitcoin enorm gepumpt ist und die ganzen Kryptowerte, sehen wir hier eher momentan so eine kleine Seitwärtsphase. Also nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich bleibe aber trotzdem dabei. S&P 500 könnte hier auf jeden Fall zumindest dieses Hoch bei 4200 Punkten, möchte ich noch sehen mit dem CME Gap bis 4227. Ob wir jetzt da hochkommen, wird sich dann zeigen, wie die Newslage ist. Nachdem wir aber keine Newslage wirklich haben diese Woche bis auf Donnerstag und Freitag, könnte hier wieder so eine leichte Erholung bis Donnerstag auf jeden Fall einsetzen. In Trades bin ich hier noch nicht reingegangen. Da haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, dass es sich hier interessante Trade-Möglichkeiten geben könnte. Ich warte aber hier noch ab. Im Daily Timefirm tut sich hier nämlich momentan wenig, auch im 4-Stunden-Chart eher so eine kleine Bullfleck mit einem kleinen Downtrend. Die ergibt sich sogar sehr, sehr gut, wenn wir uns die hier mal ein bisschen einzeichnen. Also auch hier kurzfristig Lower Lows, Lower Highs, aber in so einer kleinen Flaggenformation bzw. Konsolidierungsphase würde ich gerne mal ein bisschen den Blick behalten. Vor allem dieses kleine CME Gap hier bei 4.090 Punkten. Wenn wir das füllen und danach wieder runtergehen, müssen wir mal gucken, wie sich das ergibt. Aber ich bleibe bei den Aktienmärkten erst einmal auf Bullish eingestimmt bis Donnerstag. Gegebenenfalls werden wir auch hier nochmal in den kleinen Trade reingehen. Dann Dow Jones, auch letzte Woche darüber gesprochen, dass wir uns hier in einem großen Symmetrical Triangle befinden. Hier hat sich auch wenig getan, wir sind kurz mal drunter. Das würde ich jetzt aber auch hier nicht zu ernst nehmen. Wir können die Linie einfach so ziehen, dann passt es wieder. Vielleicht habe ich es einfach falsch gezogen. Kann auch möglich sein, aber Symmetrical Triangle läuft hier weiterhin. Also riesige Konsolidierungsphase, die jetzt auch schon, da haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, seit 1. Dezember läuft. Also hier tut sich seit 1. Dezember sehr, sehr wenig. Wir pendeln hier zwischen 32.800 und 34.000 Punkten grob. Der Fahrplan auch hier bleibt meines Erachtens nach weiterhin Bullish. Und nachdem wir hier schon am unteren Ende angekommen sind, kann ich mir auch hier vorstellen, dass wir hier möglicherweise sogar in den Trade reingehen. Kann man natürlich alles bei BingX traden. Also wenn ihr da Bock habt, euch bei BingX anzumelden, Link unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr auch mich. Nur mal so ein bisschen kleine Werbung am Rande, weil ich eh so wenig mache. Aber wie gesagt, ich bleibe hier auch beim Dow Jones erst mal Bullish. Bis hier hoch, die 35.200 Punkte Marke. Das wird ziemlich entscheidend werden. Und dann sind wir auch nicht mehr weit von unserem All-Time-High entfernt. Aber ansonsten ziemlich langweilige Seitwärtsphase, was sich hier seit Wochen oder Monaten tut sich hier eigentlich rein. Gar nichts. Deswegen brauchen wir uns hier auch nicht länger aufzuhalten. Dieser Support hält erstmal. Das heißt, der Abtrend ist im Gange. Nach oben hin wäre es einfach wichtig, dass wir hier wirklich mal mit einem Schlusskurs über 34.381 Punkten zumindest mal ein höheres Hoch bilden und nicht wieder hier so ein Wig, den wir hier gebildet haben. Denn das heißt weiterhin Downtrend. Von oben hin gesehen grundsätzlich ja, weil wir einfach noch kein höheres Hoch mit Schlusskurs gebildet haben. Und ihr kennt das Spiel, das ist genau das gleiche bei Krypto. Solange es nur Wigs sind, ist es einfach nur Liquidity-Hunting und mehr nicht. Gut. Dann rüber zum NDX. Hier hat sich schon ein bisschen eher was getan. Wir sind nochmal runtergekommen. Sehen wir hier ganz schön. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass es die Möglichkeit bestimmt, dass wir nochmal runterkommen. Hat sich ein bisschen gezogen. Dieser Bereich jetzt erstmal mal ein bisschen Support. Auch hier ein kleines Team E-Gab bei 12.432 Punkten. Passt trotzdem noch hier, dass wir hier nochmal hochkommen und dann nochmal runter. Zumindest diesen blauen Support hier unten testen. Dieser Fahrplan bleibt erstmal bestehen. Vorher werde ich hier auch erstmal in keine Long-Position eingehen. Aber es tut sich das gleiche wie beim SPX oder beim S&P 500, wie ihr es auch immer nennen möchtet. Wir sind hier in so einem kleinen Downtrend beziehungsweise in so einer kleinen Flagge. Falling, Brawlinging, Wedge, wie man es auch immer nennen möchte. Momentan bleibe ich hier aber noch ein bisschen auf Seitenlinie mit irgendwelchen Trades, weil diese blaue Linie noch nicht getestet wurde und diese in der Vergangenheit sehr starke Signifikanz hatte. Deswegen warten wir auch hier noch möglicherweise auf neue Trade-Einstiege. Aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. Auch das können wir bei Bing X traden, sollte es soweit kommen. Gut. Dann rüber noch der Blick zum DAX, den ich immer noch nicht in die Favorite-Liste reingetan habe. Schauen wir auch hier mal. Hier hat sich das Bild auch im Endeffekt ziemlich genauso ergeben, dass wir hier nochmal runterkommen, beziehungsweise waren wir auch ziemlich und haben dann erstmal nochmal eine Rallye bis hier knapp auf 15.632 Punkte gesehen. Das Einzige, was mich hier jetzt ein bisschen stört, ist das tiefere Tief auf dem 4-Stunden-Chart. Grundsätzlich habe ich ja gesagt, okay, ich bleibe beim DAX bullisch. Wir machen mal ganz kurz den Fahrplan weg. Aber wenn wir jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart uns das mal angucken, wir hatten hier so einen kleinen eigentlich Strukturbruch, kann man das eigentlich schon nennen, weil wir hier dieses Tief nochmal unterbunden haben. Also dieser rote Kasten hier sehen wir Schlusskurs 4 Stunden und auch mit der nächsten 4-Stunden-Chart auch in diesem Bereich geschlossen haben. Klar, wir hatten dann nochmal diese Erholung nach oben. Ich bin aber, was DAX jetzt momentan ein bisschen anbelangt, nicht mehr sonderlich bullisch. Warum? Klar, wir sind kurz vorm All-Time-High. Passt alles. Das Bias, wo ich euch letzte Woche gezeigt habe mit Short und Long, ist jetzt aber ziemlich ausgeglichen. Wir hatten letzte Woche noch dieses Bias mit, ich glaube, 75% waren Short. Daraufhin kam nochmal diese Rallye, also diese kleine Erholung hier nach oben hin und jetzt eben dieser Abverkauf wieder. Und ich bin nicht wirklich überzeugt, wir haben kein höheres hochgebildet. Wir haben im Gegensatz auf den kleineren Timewips ein tieferes Tief gebildet. Das heißt, der Strukturbruch ist auf jeden Fall in Gange. Weshalb ich mich hier jetzt erstmal ein bisschen Short orientieren würde, zumindest in den nächsten Tagen. Schauen wir uns das mal an. Aber auch hier werde ich sehr, sehr wahrscheinlich noch ein kleines Short-Setup posten. Die Frage ist, wo setzen wir unseren Entry, also einen Stop-Loss, wenn wir nach jetzigen Stand jetzt hier einsteigen würden. Klar, die Märkte sind momentan geschlossen. Würde ich auf jeden Fall über unserem Hoch schließen beziehungsweise hier sogar in den Bereich der 15.800 Punkte legen, weil wir hier oben noch so eine kleine Ineffizienz haben. Darüber haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz auf dem Daily-Time-Frame an. Das liegt an diesem Hoch. Also da würde ich auf jeden Fall drüber den Stop-Loss legen. Während nach jetzigen Stand 2% Risk ist aber, finde ich, meines Erachtens nach sehr, sehr human, weil wir aber auch die Möglichkeit haben, von hier aus, sag ich mal, nach unten hin weiterhin zu traden und zumindest hier diesen Bereich der 15.200 Punkte, wo wir noch dieses kleine CME-Gap haben, zu füllen. Also da haben wir auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Diesen Bereich würde ich auf jeden Fall gerne mal im Auge behalten. Also heißt, wir bleiben erst einmal beim S&P, beim Dow Jones und beim Nasdaq. Erst einmal ein bisschen Seitenlinie gucken, ob wir nochmal ein tieferes Tief kriegen beziehungsweise nochmal so einen kleinen doppelten Boden. Beim DAX hingegen würde ich jetzt dann so langsam in den Short-Bereich wechseln oder switchen aufgrund eben des tieferen Tiefs. Und auch hier auf Daily-Sicht sehen wir das. Wir haben hier drunter geschlossene Candle. Nicht wirklich Bullish. Und das ist eben das, was mich jetzt für die nächsten Tage erst einmal ein bisschen bearischer stimmt. Gut, und dann, ne, Aktienmärkte haben wir jetzt durch. Dann würde ich auch sagen, machen wir ganz zum Schluss Bitcoin, weil es ist schon wieder echt ein ewig langes Video. Haben wir ja heute früh im Video schon mal drüber gesprochen. Ich sehe nochmal die 22.800 US-Dollar als möglichen neuen Long-Impuls hier unten kommen. Wäre Bullish. Einerseits, um nochmal ein höheres Tief zu bilden. Andererseits, um nochmal die Liquidität hier unten abzugrasen. Und dann haben wir Luft. 26.600 bis sogar 28.000 bis 32.000 K. Das ist so mein Zielbereich. Bis zur nächsten möglichen Fettsitzung oder nächsten möglichen Kundtugung vom Pole oder nächsten bearischen News. Und dann könnte es nochmal passieren, dass wir hier in Richtung 19.000, 18.000 K. abverkauft werden für ein höheres Tief. Alles würde zu bearisch flippen. Und dann wäre es der perfekte Start für eine enorme Rallye nach oben hin. Wir haben jetzt hier schon den ersten Peak. Wir haben den zweiten Peak und den dritten. Oder ich sage jetzt mal den zweiten Push nach oben. Ein dritter würde noch ausstehen, würde aber auch bedeuten nochmal runter. Und dann eben diesen letzten fünften Push mindestens bis 26.000, 26.000, 26.000. In der Spitze 30.000 bis 32.000 K. Sind auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Gut. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, lasst auf jeden Fall dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Abonniert den Zweitkanal. Und dann würde mich eure Meinung mal interessieren. Wie seht ihr jetzt die nächste Woche kommen? Seid ihr bullisch bei Gold? Seid ihr bei Korrektur bei Gold? Was weiß ich? Schreibt es unten gerne in die Kommentare, um den Algo ein bisschen zu pushen. Damit wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann morgen zum nächsten Video wieder. Vielleicht heute Abend live. Muss ich mal gucken, wie es mir geht. Aber dann war es das von meiner Seite. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.